Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich wollte jetzt versuchen, wieder mal ein paar mehr Vlogs rauszuhauen. Und eigentlich wollte ich gestern vloggen. Aber mir ging es gestern so, 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 so richtig scheiße schlecht. Ich hatte irgend so einen Magen-Darm-Gedöns. Ich habe den ganzen Tag gefroren. Ich hatte Magenkrämpfe, aber so richtig ekelhaft. Geburtswehen, ne? Ich habe das so mit Geburtswehen verglichen gestern. Geburtswehen, da weiß der, wofür du das machst. Und bei diesen Magenkrämpfen, es war einfach nur so, ich mag nicht mehr. Naja, heute geht es mir besser. Ich habe jetzt nur noch entsprechend natürlich mit dem Flüssigkeitsverlust zu kämpfen. Also ich habe noch wenig Kraft und Energie und so. Nichtsdestotrotz war ich trotzdem gerade einkaufen. Es muss ja trotzdem alles irgendwie weiterlaufen. Und es wäscht gerade eine Waschmaschine. Und Svea hat mir dann gestern Abend noch eine Kette gefedelt. Übrigens, an dieser Stelle bin ich unglaublich froh und kann das nur jedem empfehlen. Man sagt ja immer, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind groß zu ziehen, beziehungsweise in meinem Fall zwei Kinder. Ohne mein Dorf hätte ich das gestern nicht geschafft. Wäre völlig unmöglich gewesen. Deswegen vielen Dank an dieser Stelle dafür. Und ich werde heute gucken, dass ich irgendwie das Ganze noch ein bisschen ruhiger angehen lasse. Obwohl man dann ja gleich schon wieder so ist, ne? Es ist ja auch unglaublich viel liegen geblieben. Davor war ich ja krank mit Schnupfen und Husten. Da ist viel liegen geblieben arbeitstechnisch. Jetzt ist da gestern, wollte ich gestern unglaublich viel schaffen. Da ist natürlich gar nichts passiert. Und heute werde ich versuchen, noch so ein bisschen Piano zu machen. Das ist so das Nervigste eigentlich mit den Kindern. Das kriegt man schon irgendwie hin. Ich muss auch sagen, immer wenn die Kinder da sind, habe ich nochmal so einen Energieschub. Und wesentlich weniger Schmerzen und so. Also egal, was jetzt ist. Aber gerade was so arbeitstechnisch liegen bleibt, das ist echt richtig, richtig scheiße, weil ich das da nicht schaffe aufzuholen. Vor allem jetzt am Wochenende, wenn dann die Kinder da sind. Also manche Sachen kann man ja nebenbei mitmachen. Oder auch mal abends. Aber aktuell arbeite ich ja gerade an drei Hörbüchern. Ich kann allerdings keine Tonaufnahmen machen, wenn die Kinder da sind. Das ist, glaube ich, relativ verständlich. Ja, aber muss ich mir was einfallen lassen? Hat bisher immer irgendwie geklappt. Und ansonsten muss ich dann mein nächstes kinderfreies Wochenende halt komplett durcharbeiten. Dann ist es halt so. Dann stehe ich halt früh um acht auf und nehme bis abends 18 Uhr Hörbücher auf. Ist dann halt mal so. Genau. Lange Rede, kurzer Bums. Ich weiß noch nicht, was ich euch heute alles zeigen werde. Auf jeden Fall kam ein Paket an. Das zeige ich euch jetzt. Und es stehen noch drei Pakete im Flur, die ich noch nicht ausgepackt habe. Das werde ich dann aber, glaube ich, in einem extra... externen... in einem extra Video machen. Da mache ich mal wieder so ein ganz klassisches Oldschool-Unpacking. Wie das früher alle Blogger gemacht haben, sowas gibt es ja heutzutage kaum noch. Früher gab es jeden Monat das Unboxing von der Glossybox. Und Unpacking von irgendwelchen Blogger-Paketen. Das machen wir mal wieder. Da mache ich dann mal ein richtig klassisches Oldschool-Unpacking-Video mit den drei Paketen, die ich da gerade in den vierten Stock geschleppt habe. Oh, die waren so schwer. Da ist ein riesiges Buchpaket dabei. Das war so... So, 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 so schwer. Ich werde jetzt erst mal meine Einkäufe noch einrollen. Und dann sehen wir mal weiter, was ich euch heute noch so zeige und erzählen werde. Da kann ich euch doch gleich mal ein paar von den Sachen zeigen, die ich eingekauft habe. Filme gerade so ein. Also ich habe gerade in die Kühltruhe, das ist meine Waschmaschine übrigens, sie läuft in meine Kühltruhe hier oben, Flutschfinger reingemacht. Es ist gar nicht so einfach, naja, es ist gar nicht so einfach, im Winter Wassereis zu bekommen. Vince bekommt aber am Montag die Rachenmandel rausgenommen und dachte, da ist Wassereis eine gute Idee. Und da habe ich jetzt halt Flutschfinger mitgenommen. Es gab auch tatsächlich gar nichts anderes. Ich habe mir den hier heute gegönnt und zu meiner Schande muss ich sagen, ich habe den auf Instagram gesehen. Jemand hat den auf Instagram gezeigt und ich dachte, den musst du mal probieren. Und zwar ist der mit Cashew Maracujo, Kokos, Orange, Banane, Apfel und Pfirsich. Wird bestimmt richtig gut schmecken. Und dann wollte ich euch noch was zeigen. Also die Sorte kannte ich schon und die hier auch und die war jetzt irgendwie neu. Und bei uns gibt es die tatsächlich nicht immer im Sortiment. Und ich finde die aber für die Kinder ganz gut und aktuell sind die sowieso ja eigentlich permanent erkältet. Und deswegen habe ich die mitgenommen. Das ist jetzt Zitrone, Kirsche. Was ist das hier eigentlich? Weiß ich gar nicht. Was Frisches, Minziges oder so. Genau. Also das kann ich empfehlen. Die finde ich gut. Und die Kinder finden die halt auch gut, weil das sind keine Lutschbonbons, sondern quasi wie Gummibärchen. So von der Konsistenz her. Das können die also auch zerkauen. Und genau. So, ich habe mich jetzt erst mal auf meine Couch nochmal verzogen. Jetzt ist es halt so wichtig, so dieses Gleichgewicht zu halten zwischen was tun und sich dann wieder ausruhen. Und deswegen trinke ich jetzt ein Glas Wasser, weil ich muss ja mein Wasserhaushalt wieder auffüllen und bleibe jetzt hier so lange sitzen, bis meine Waschmaschine fertig ist. was in ungefähr 20 Minuten bis 30 Minuten sein wird, weil bei wem ist das noch so, dass diese Zeitanzeige nie stimmt. Also der sagt mir jetzt noch 19 Minuten, ich wette mit euch, der wäscht aber noch 30 Minuten. Warum auch immer das so ist. Und ich sehe da gerade, dass mein Handy blinkt, also werde ich da jetzt mal Nachrichten beantworten. Wisst ihr aber, was heute der Vorteil heute beim Einkaufen war? Ich habe dieses ganze Lebensmittel gesehen und war nur so, mir war so schlecht während des Einkaufens und ich dachte nur, ich will das alles nicht haben. Also ich habe eigentlich tatsächlich auch nur vorhin Obst und Gemüse in den Kühlschrank geräumt. Genau, und ansonsten hatte ich halt so Kartoffeln und Spinat und so. Ich habe verhältnismäßig wenig eingekauft. Einfach weil mir so schlecht war und ich auch auf nichts davon Bock hatte. Ich habe auch heute früh nur was gegessen, weil ich ja Medikamente nehmen muss, für die ich aber was essen muss. Die habe ich halt dann gestern einfach komplett weggelassen. Und heute habe ich die genommen und habe mir da zwei Toast-Schnitten mit drunter gewirkt. Ich weiß noch nicht, ob ich dann Mittag esse. Ich habe so keinen Appetit. Für meinen Energiehaushalt wäre es natürlich nicht schlecht, wenn ich was essen würde. Ich glaube auch, dass ich extrem übersäuert bin. Das heißt, ich muss mich mal damit auseinandersetzen, welche Lebensmittel basisch sind, was ich verstärkt jetzt in nächster Zeit essen sollte. Ich weiß schon, wen ich da fragen muss. Also vielleicht, wenn ihr mir auf Instagram folgt, dann kennt ihr Lisa eigentlich auch. Lisa loves food und die beschäftigt sich mit sowas. Und in solchen Momenten ist immer gut. Ich kann ihr jetzt einfach eine Nachricht schreiben und sagen, hier, pass auf, so und so, sag mal, was ich essen soll. Und wahrscheinlich muss ich so ein komisches Basenbad machen, würdest du mir gleich raten. Aber das könnte ich eigentlich am Wochenende machen. Ich frage sie mal und ich sage euch dann mal, was sie geantwortet hat. Also ich habe was gegessen. Ich habe sehr lange gebraucht, um aufzuessen. Und ich bin hier gerade durch mein Wohnzimmer gelaufen und überall ist dieser dämliche fucking Oh. Entschuldigung. Kinetic Sand. Die Kinder haben, wann haben die damit gespielt? Vor ein paar Tagen mit diesem Kinetic Sand. Und ich war der Meinung, ich hätte das alles weggeputzt. Und überall aus irgendwelchen Ecken kommt immer noch Rester davon rausgekrochen. Gerade unterm Teppich. Jetzt fege ich das schnell nochmal zusammen. Also so gern die damit spielen und so cool ich dieses Zeug auch finde, so sehr hasse ich es doch, was es halt für Dreck macht. Und egal, was wir schon ausprobiert haben, es macht immer Dreck. Egal, wie wir gespielt haben, wo wir gespielt haben, da bleibt immer irgendwo was hängen, wo es nicht hin soll. Ich werde jetzt hier noch so einen kleinen Audioauftrag fertig machen. Dann habe ich wieder was erledigt bekommen. Ich wollte noch erzählen, dass es einen Termin jetzt für die erste Mama aus Zeit im Februar gibt. Da würde ich jetzt einfach nochmal einfach nochmal alle Infos unten in die Infobox setzen. Thema der Mama aus Zeit im Februar ist weniger Stress und mehr Energie. Und da sehen wir uns eine Stunde live. Ihr bekommt dann nachher die Aufzeichnung davon und die Meditation, die wir dort machen als PDF und die Meditation, die wir machen als Audio. So. Und nochmal die Übung, die wir machen als PDF. So rum. Also wenn ihr da Bock drauf habt, dann meldet euch sehr, sehr gerne bei mir. Guckt mal, wir haben ein ganz, ganz tolles Probierpaket von der Sesamstraße zugeschickt bekommen. Und zwar sind das wunderbare Bioprodukte und ich möchte euch gleich mal ein bisschen zeigen. Hier drüben haben wir Tee. Das ist der Krümelmonster Multifruchttee. Wie cool ist das bitte? Der ist ab dem neunten Monat schon. Und das ist der Ernie Früchtetee. Ich finde das so, 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 so süß. Dann haben wir hier ganz, ganz viele Quetschis. Meine Kinder lieben Quetschis. Wirklich sehr. Schon immer so gewesen. Und die sind doch von der Aufmachung mega, ne? Man hat Elmo, Wolle ohne Zuckerzusatz. Hier ist Grobi. Das Krümelmonster haben wir beim Krümelmonster ist zum Beispiel Birne, Apfel, Pflaumen und Zimt drin. Oh, geil. Dann haben wir hier noch Ernie und Bert. So, was haben wir noch? Solche Knusperbällchen, so unsere Erbse. Sowas geht bei meinen Kindern immer richtig, richtig gut. Sowas nehme ich gerne einfach unterwegs mit. Hier haben wir Kichererbsen-Cracker mit Tomate. Mega toll. Bin ich gespannt drauf. Das sind nochmal die Kichererbsen-Cracker mit Karotte. Dann haben wir noch ein paar Kekse. Das hier sind Ernie und Bert-Kekse. Das sind Krümelmonster-Cookies. Juhu! Und hier haben wir noch Kinderkekse mit Pastinake. Auch sehr, sehr cool. Ab dem 12. Monat sind die. Dann haben wir noch zweimal Müsli bekommen. Das Elmo-Knusper-Müsli und das Bert-Apfel-Mango-Müsli. Das gibt es bei uns am Wochenende. Genauso wie die hier wahrscheinlich. Die Buchstabenpasta. Das ist richtig cool. Wir essen auch gerade sehr gerne Buchstaben-Suppe, weil Vince halt schon ein paar Buchstaben kennt und dann raussucht. Und das als Nudeln ist natürlich nochmal richtig cool. Vielen, vielen Dank an die Sesamstraße. Ich verlinke euch dazu mal unten in der Infobox was. So, wir sind jetzt gerade bei uns in den Park gegangen, weil ich den Kindern was zeigen möchte. Ich habe hier nämlich was entdeckt, als ich vor ein paar Tagen hier spazieren gegangen bin. Ich habe keine Ahnung, ob das ein Kunstprojekt sein soll oder was auch immer. Ich zeige es euch gleich mal. Und im besten Fall haben die Kinder danach Bock, das auch zu machen. Aber werden wir sehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.